Haha, ja! Herzlich willkommen zurück bei Mario & Luigi Superstar Saga! Wir haben im letzten Part... Was haben wir im letzten Part gemacht? Information gesammelt, dass wir einen Hammer brauchen... Hammer brauchen. So, auch eine 2. Und... Ups, das war der Falsche. Tut leid. Den muss ich machen. So. Ach, scheiße. Boing. Und... Um diese Hammer zu kriegen, müssen wir erstmal die Berge besteigen. Beziehungsweise die Berge. Weil wir sonst total knicken können. Okay, so kommt er nicht rüber. Mario, schluck. Schluck, 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 schluck. Ich verstehe aber noch nicht den Sinn. Ach, was dahinter? Oder beziehungsweise welche dahinter liegt. Das ist der denn anfängt zu lachen, wenn ich den abspritze. Er hat abspritzen gewagt. Ja, das wird doch alles total komisch. Aber... Oh no, Luigi, was du mache da? Na. Und im Übrigen kann man leider keine... Äh, paar Attacke machen. Hier stauben steht paar Attacke. Da steht Bros. Das sind da, wenn ich so ein bisschen englisch. Warum weiß ich nicht? Oder was du bist? Scheißegal, eigentlich. Wenn... Luigi auf seinem Arsch sitzt. Bis er dran ist. Also... Ach, der... Ach ja. Wow, fuck. Nun gut, das kriegt er wieder. Wow, ey. Was ist der denn drauf? Ah, die, ja. So. Noch mal ein bisschen Wasserschlucken, Mario. Mario ist nur Wassergewicht. Der ist nicht fett. Das ist auch nicht die Pizza. Das ist einfach nur Wassergewicht. Das kann... Kann... euch ein Tenno sofort bestätigen. Der ist nicht fett. Der einfach nur viel Wassergewicht. Jaja. Na klar. Ja, wer das glaubt, ne? Und so. Naja. Speed Jump Let's Go! Wow, das war knapp. Und welcher fast runtergesprungen. Das ist das? Ah, ich lasse es tröpfeln. Ha! Keine Herausforderung für mich. Habt ihr das gesehen? Wenn das nicht mal geil war. Also mal ehrlich jetzt. Woohoo! Oh ja, die... Ich liege es einfach draufhabe. Was tut mir das jetzt? Peter Ruf, nein. Oh no! Trifft auch noch genau wie G.A. So ein Dreckshund. Aber egal, die Kartoffel kann uns eh nicht anhaben. Und dieser Knopf hat auch nicht. Oh! Wie lütsig ausbrechen ist. Ah! Jetzt weiß ich den Unterschied. Wenn der sich... Wie denn? Jetzt muss man am Kopf achten, wie der sich dreht. Mario! Oh, was so Rolle! Warum trifft ihr den Mario, eh? Ich sehe doch zu fett, eh? Äh! Typisch Italiener? Nah! come on! Waua! Einfach lustig! Wauauau! Wauauá! Natürlich! was kommt hier noch weiter papa papa meint etwas aber wie kann man hoch ach von hier kommen wir aber egal fakt ist man kann da hoch das was wichtig ist ok ok lachberg wandern weg ich glaube ich habe ein bisschen doch richtig das kommt ja nicht darüber und wir kommen ja nicht wieder zurück vor feldstrahler kopf die strahle also feldstrahle ok gott ist das nicht im boss war doch nicht irgendwas seit den tagen der adi erwache ich der feldstrahler in diesen bergen über diesen fahrt der weg zum gipfel ist steil nur wer meine prüfung besteht mag diesen weg besteigen sind bereit für die prüfung klar sammeln 30 kunden 10 aha sphären aus der luft aber hütet euch denn wenn ihr den boden berührt dann habt ihr verloren opfert ok das schaffen wir doch locker wenn wir das nicht schaffen dann sind wir keine mario das schaffen wir nicht neun ja müssen wir ja ne ich weiß nicht ob ich so in die ecke fliegen kann deswegen lasse ich das lieber weil wenn ich den wohnen bürger ist vorbei aber jetzt sind die faire sphären ganz günstig gelegt finde ich das wird scheiße war verkackig eh schon wieder ein nein ha 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 prüfung gestanden alle guten Dinge sind rein sehr gut euer nächster gegner Bin ich Let's tackle Und los Und los geht's Bingo Okay Was bleibt mir da jetzt übrig Ah, ich weiß Ups So Und zwar Zack Jetzt wächst der nämlich nicht nach Und jetzt nehme ich den Und da Luigi nicht so schaden macht Greif dir lieber den an Oh, 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 oh Ups Okay, cool Browser tanken Jetzt alles oder nichts Wow, super Damit dürfte dieser Gegner ein Klack sein Dieser Angebliche Boss Sag ich jetzt mal Oh Jawohl, Super 11 Wunderbar Es läuft doch Es läuft doch Man muss nur wissen wie Ah, ah Lila ist ja nicht so meine Farbe Ich stehe ja mehr auf Orange Und ja Ah Ja Ach, das könnte ich noch ein bisschen ziehen Aber Scheiß drauf Na, wann ist der denn kaputt Und nein, ich habe nicht heilig trainiert Seht ihr Ich habe das total nicht drauf Oh, 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 zu früh gesprungen Und jetzt platsch, Brüder Heppla, hoppla Hoppla Und das war's für diesen Steinkoloss I wanna pilz und reiß GP Kein Level ab Ihr habt die Prüfung bestanden Nun stellt euch einen neuen Abenteuer Euren Ach, 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 stein, schalosch Steht da dran Ja, ja, ihr könnt mir ruhig glauben Ich weiß das Ich habe die komplette Lösung Nein, hat er nicht PILZ So Gehe ich jetzt da lang Oder gucke ich jetzt mal hier Ne, ich gucke erstmal hier Jetzt bestimmt Hier war doch noch ein Item, ne Ja Ja Mirup Kann man immer gebrauchen Bruder Bruder Punkte Ich wollte gerade sagen Bruder EP Das ist kein bisschen komisch Sind immer wertvoll Nachher Besonders beim Endboss Schön wieder Wasser lassen In Ordnung Aber was mache ich jetzt Glück gehabt Äh Okay Der Hund ist schon mal Nicht Wieso ist der Hund nicht Tot Jetzt aber Oh Mann Den kann man glaube ich auch nicht ausweichen So können wir gar nicht springen Ne So Jetzt müssen wir den ausweichen Jawoll Den kann man echt nicht ausweichen Das ist ja echt schade Dann mache ich den nochmal kleiner So Dann haben wir keine Probleme Mario Fall mir hier nicht um Aber die Zeit rennt schon wieder Lüchi Mario Ein Pils und ein Sirup Mario Jetzt ist der Level 6 Angriff Oh Das war keine gute Idee Ich kann zurückbrücken Alles klar Berteidigung Bedeutung 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 Da überfliege ich zweimal die 2 Äh Hat sich das überhaupt gelohnt Na ja Und 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 Ja Demerinnern Ich muss auch ganz ehrlich sagen Von dem Mario Mario Brothers Ja So heißen die Ich bin Wirklich der totale Fan Von Luigi Ich weiß nicht warum Aber ich finde lüchig einfach besser Vielleicht ist die grüne farbe vielleicht aber auch nicht ich weiß nicht aber ich war so nicht mal grün halt lieber aber es soll so meine persönliche meinung und daher und schon wieder um einiges lustiger wahrscheinlich ist das kann ich jetzt wirklich nur das dass ich ihn lustiger finde weil ich weiß nicht marius irgendwie so standard es gibt so viele spiele mit mario mario katt okay da gibt es nicht auch aber jetzt mal jetzt mal so im grunde genommen hat man nur mario spiele mario land mario world blablabla und die hat man nur fällig jetzt runter bei mich hat man nur wichtig ist menschen und das finde ich ein bisschen doof ich habe das spiel selber nicht gespielt weil keine ahnung die menschen hallo fahrt da sagt man geister mit so einem komischen staub so ein ach ich mir fast tot jetzt hat mario locker noch nicht sagt einfach mal fressen ihr scheiß drauf aus dem gebüsch gepflückt mitgenommen lieber auf rex den bei einer herrn der verkannten aber den krieg ich noch weil ja ich hab voll verkackt so und jetzt geben den endgültigen ich wusste dass da noch was ist so was ist hier noch gar nicht die kann man runterfallen alles klar das heißt für uns wenn es geht nicht runterfallen so das lief doch schon mal die geschmiert nein das war schlecht vielleicht war das auch geplant das war geplant definitiv ja ja ihr braucht mich jetzt gar nicht so angucken das war geplant ich glaube ich sehe nicht so jetzt kommt zum gipfel wilde wöbelwindel weiches wöbeln gefährdet die gesundheit lüge 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 weiß ich nicht soll ich weiter nach rechten die fassen aus ja sogar sehr dann aus so schnell ich bin hier noch mal hoch da war der wild bin dann können wir hier ruhig hochgehen da da hat er da da damit ist er die nur das WL den Dinosauros Dinosaurus speichern und weiter speichervorger nicht ausschalten Gamepad nicht entfernt Lachbeck gibt und damit verabschiede ich mich in den nächsten Park von Mario Legis zu Miami über gött bis dann mesmer bis dann bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017